Sonst laufe ich so. Du kannst schon, ne? Und was studiert ihr? Ich studiere Informatik. Läuft es schon, ne? Ja, das Video läuft schon. Ihr studiert Informatik. Dann seid ihr Käpsler im Internet und so weiter, ne? Käpsler? Du bist im Internet. Käpsler heißt der Account. Käpsle auf Schäbisch gleich. Dann seid ihr fit. Ah, ok. Kann man ganz so sagen. Man gibt sein Bestes. Oder ihr seid Prodefin. Oder ihr seid... Wie nennt man das? Wie heißt der Ausdruck? Clever? Noch was anderes. Funky? Ihr seid irgendwie was Besonderes. Läuft es noch? Ja, es läuft noch. Du meinst, ist es gut jetzt? Oder jetzt soll ich dich aufhören? Äh, ist ok. Ich kann dich wählen. Ganz kurz als Erinnerung. Oh, jetzt hab ich dich stark gesehen. Ok, ok. Und dann dich, ok. Sehr gut. Und das Essen auch. Oh, ok. Oh. Ich bin...